auf jeden fall ausgleich dieser 100 pro mit werden da jetzt welche runterkommen das wir gerne machen der feind hat zuerst zugeschlagen da kommt schon der erste weg jetzt den guten so ich habe hier schon mal dicht gemacht schießt noch so ein ding der ist weg noch mit zwei hp überlebt er ist auch wenn das der typ mit seinem mg 15 ist dicker nagelmesser kill dafür nicht zu kurz kommen stolperdrahtbomben kill ich muss mich jetzt mal eben kurz hinsetzen war war es gerade dem eigentlichen typen grad sein ernst der hat ein ganzes magazin von der hellriegel an mir vorbeigeschossen ich würde so aufnehmen abspeichern hochladen für die nachwelt zur diga aufgeräumt vier mann gleichzeitig geholt wo muss das hier ist kein platz für dich du stück scheiße da ist rechts noch von jana ich habe keine muni mehr okay diga jetzt muss ich jetzt muss ich mit der herren jetzt muss ich mit der hammer list durch dein bestes warte ich schieße noch eine fackel in deine richtung weil ich bringt sie was da liegt schon wieder die büro watch ja das hat echt was gebracht dann geht nächstes und die gleicher kraften richtigen waren leider leck mich am arsch das problem ist jetzt ich habe die ganze meute bei mir jetzt hier auf der hoch auf der seite okay ich hab drei ach schade ich wurde ich wurde gerade auch positioniert aber naja das war man doch zu viele alter auf einmal gt gas hier bei der guten serie die du hattest passiert das früher oder später ja das nicht so eng ich finde das immer so geil wie wie es einfach so trocken kommt so und weg ist er der nächste weg oooohh das ist ein stumm soll das sani sani danke boah ehrenmann ehrenmann mhm der typ hat mich gerade äh gerettet alter und jetzt konnte ich mir einen tod aufsparen weiß digga ehrenmann kommt da noch mal kommt da noch mal digga komm 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 okay das tue ich ihm nicht an alter da liegt schon einer mit seinem scheiß im je wieder und ich weiß auch schon was schade digga wir haben beide 21 2 was ist da los Was ist da passiert? Ah, jetzt sind es 21,3, wenn dann. Jo, alles klar, ich komm noch nicht weg. Man kennt's. Digga, warte, 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 warte. Oh! Oh, hinter uns! Hinter uns, Digga. Turn around. Skrrr! Yes, Junge. Oh! Oh, ganz ehrlich, das ist so geil, dass den Leuten alles wieder zurückzugeben. Ah, einfach nur hervorragend. Hier soll er mit einer Flitte. Nein! Wie hat der mich gekriegt? Digga, ich hab zwei Mal auf ihn... Alles klar. Ja, Battlefield wollte man mal wieder nicht. Hat sich gedacht so, nö, der hat schon, der hat schon so viele Küsse. Nö, nö. Das gönnen wir ihm nicht. Oh, Digga, der wurde richtig abgestecht. Hat auch was. Ja, wohl. Weg mit ihm. So, Digga. So, Digga. Ein Kill will ihn ja machen, komm. Komm, Digga. Geh ihm. Komm. Komm, wo seid ihr? Okay. Okay, jetzt hab ich die... Jetzt hab ich die Modell-10a in die Fresse gekriegt. Nein! Äh, ich spaw nicht mehr. Den Tod den schenke ich ihm nicht. Komm, Mona! Jawoll, Alter. Yes! Oh, geil. Scheiße oder beschissene? Hm. Ich würd's sagen, scheiße. Die Wellenrechte. Nö, 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 nö. Die wollen beschissene? Was da los? Boah. Knapp 6000 Punkte für eine Sniperrunde, Alter. Auch bei Wald. Was ich vorher noch nie gemacht habe im TDM. Digga, oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. What is happening? Digga, was ist da los? Wie der bester Sturmsoldat. Digga, ich bin immer bester Sturmsoldat. Digga. 3 und... was? 26,5 und du 26,3. Oh, nice diggy. What? Und der beste aus dem Gegner. Ich hab grad mal 10 Kiss. Hahaha. Und selbst der Typ, der mit seinem MG nur rumliegt, hat 19. Ja, ich sag dir, bei mir ging es kratzfatz, Alter. Bah, 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 Alter. Ich hab so viele... Ich hab schon gar nicht mehr gecheckt, Alter. Von wo die kamen. Ich hab einfach geschossen. Ich hab schon gar nicht mehr gecheckt. Ich hab schon gar nicht mehr gecheckt. Ich hab schon gar nicht mehr gecheckt. Vielen Dank.